Einen wunderschönen guten Tag und jetzt direkt mal den Like-Button drücken. Leute, ich weiß, alles was ihr hier seht, ihr versteht gar nichts. Genauso ging es mir teilweise mittlerweile in der ganzen Zeit, in der ich wirklich gebraucht habe, um dieses Video zu machen für all die Mühen. Wäre es schön, wenn ihr einfach mal ein Like oder einen Kommentar für den Algorithmus rauchtet, damit das so viele wie möglich Leute sehen und nicht sagen, alles klar, jetzt startet hier der Buran 2022 und wir gehen auf 80, 90 oder 100k. Das ist meiner Meinung nach Quatsch und genau darum geht dieses Video, warum ich denke, dass wir im Bärenmarkt sind. Let's go, gucken wir rein. Wegen diesen ganzen Sachen, wegen dieser ganzen Informationen, was alles Wichtiges, was man hier dann teilweise in den letzten Tagen zermatert hat, musste ich mir wirklich eine kleine Infoline schreiben, weil wenn ich zwischendurch immer mal wieder reinkomme, also bitte verzeiht mir das. Als allerersten Punkt gucken wir uns das doch mal an, dass viele sagen, ja, aber dieser Buran 2021, wir haben ja gar keinen Blow-Off-Top gesehen. Wir sind ja gar nicht so krass angestiegen, wie in den letzten Bullen-Märkten und wir haben ja gar nicht die Parabole-Phase erlebt und Yamaha und überhaupt. Das ist teilweise mit Sicherheit richtig und teilweise einfach vollkommen falsch. Warum? Darauf gehen wir jetzt ein und zwar zeige ich euch folgendes. Wir beobachten einfach mal die letzten ungefähr 100 Tage eines Bullruns, die letzten 100 Tage, wie sie in der Vergangenheit verlaufen sind und wie sie jetzt verlaufen sind. Folgendes müssen wir beachten. Achtung, die letzten 100 Tage, 120 Tage in diesem Fall hier eines Bullruns von 2011 sind wir um 3760% gestiegen. Die letzten 100, ungefähr 92 Tage dieses Bullruns in 2013 sind wir um 1000% gestiegen. Die letzten Tage des Bullruns in 2017 sind wir in 91 Tagen um 440% gestiegen. Und zum aktuellen Zeitpunkt muss man sich natürlich fragen, wo legen wir es an? Wo war das Blow-off-Top dieses Bullen-Marktes? In beiden Fällen, in beiden Peaks, die wir in diesen Bullen-Märkten hatten, war es doch auch so, dass wir massiv angestiegen sind. Das seht ihr vielleicht nie, aber das seht ihr auf Tagesbasis. Guckt euch mal diese Anstiege an. Richtig, das sieht dann schon ein bisschen interessanter aus, wenn wir das Ganze einfach mal ein bisschen weiter aussuchen. Das ist einmal, zweimal Parabol. Parabol heißt, dass wir fast gerade hoch gehen. Das ist beides mal fast vertikal hoch. Die Frage stellt sich dann natürlich auch, wie viele Prozente haben wir gemacht in diesen beiden Peaks? Und das waren beim allerersten Mal hier in 2021, ja das waren trotzdem in den letzten 100 Tagen 250%. Welches Asset findet ihr aktuell noch, das ebenfalls diese Prozente gemacht hat? Beim zweiten Anstieg waren es immer noch hier in den letzten 112 Tagen 140% und wie gerade gesehen, ging das Ganze auch vertikal. Also wer hier jetzt wirklich sagt, wir haben keinen Blow-off-Top gesehen, der sollte vielleicht mal ein bisschen rauszoomen. Denn es sollte auch jedem klar sein, dass ein Asset, was sich mit Jahr zu Jahr verteuert, das mittlerweile 44.000 US-Dollar kostet, dass es prozentual gesehen nicht jedes Halving, jeden Zyklus um die gleiche Anzahl der Prozente steigen sollte. Sonst wären wir 2030 ungefähr bei 10 Millionen, so ungefähr. Das ist nicht möglich. Bitte haltet das im Hinterkopf. Der zweite Punkt, den ich dazu anbringen will, ist folgendes. Die Prozentzahlen, die wir gesehen haben, die gleichen sich. Ja wie Mario, die gleichen sich. Das kann doch gar nicht sein. Du hast doch gar nicht gesagt, wir sind viel, viel mehr gestiegen. Das stimmt. Vom ersten Buran zum zweiten, das heißt vom Bärenmarkt-Tief bis zum Hochpunkt, und das ist eine geschlossene Kerze, sind wir gestiegen um 45.000% krank, oder? Ja, stimmt. Im zweiten Buran sind wir vom Tief bis zum Hoch 9.300% gestiegen. Wobei, wenn man sich das jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt, 45.000 geteilt durch 9.000, ich glaube 250%, macht ungefähr 4,8. Wir behalten diese Zahl im Hinterkopf 4,8. Wir wissen also, von 2013 bis 2017, als der nächste Buran war, sind wir vom Tief bis zum Hoch ungefähr 9.250% gestiegen. Okay, wir sind von dem Bärenmarkt-Tief ungefähr 2019 bis zum Hoch 2021 ungefähr 1.900% gestiegen. Hm, 9.250 geteilt durch, was habe ich gesagt, 1.950. Oh, wisst ihr noch die Zahl von gerade? 4,8 ungefähr. Jetzt ist es 4,7. Auch schon sehr, sehr ähnlich. Das bedeutet nichts anderes, als, dass wir von Buran zu Buran weniger Prozente machen. Was ich vorher gesagt habe, was auch jedem eigentlich klar sein sollte. Das bedeutet nichts anderes, als, wenn wir diese gleiche Zahl jetzt nochmal nehmen sollen. Das wäre dann ungefähr 1.950, sagen wir einfach grob, 2.000. 2.000 geteilt durch diese Zahl von 4,8 würde bedeuten, dass wir in diesem Buran nur, in Anführungsstrichen, ungefähr 416% Gains sehen könnten vom Bärenmarkt-Tief. Schauen wir mal, wie das Ganze so weitergeht. Das wäre mal die erste Sache zu, wir haben keinen Blow-Off-Top gesehen und die Prozente. Die Prozente, die mir ebenfalls fehlen, das ist der zweite Punkt, den ich jetzt anbringen will, die sind die Downside-Prozente. Was meinst du damit, Mario? Ganz einfach, die Downside-Prozente bedeutet einfach, der Wert, den wir gefallen sind, nachdem wir das hochgesehen haben. 2011 sind wir vom Hoch zum Tief gefallen, und zwar hier von 31 ungefähr nach 1,50$. Das ist heftig. Das sind 93%. Beim zweiten Mal sind wir gefallen vom Hoch zum Bärenmarkt-Tief ungefähr 86%. Auch schon heftig. Beim dritten Mal sind wir gefallen vom Hoch zum Tief um 83%. Also das nimmt auch immer ein bisschen ab. Zum Hinterkopf 93%, 86% und 83% ungefähr. Das heißt, dass auch hier die Möglichkeit besteht, dass wir weniger Prozente fallen. Aber das, was wir gemacht haben, ist jedes Mal, wir sind nur um 3% oder 4% weniger gefallen. Aber wir sind nicht mal in der Nähe. Wir sind nicht mal in der Nähe. Vom aktuellen Hoch bis zum tiefsten Punkt, den wir gehabt haben, sind wir 52% gefallen. Um auf diese 80% zu kommen, dann müssten wir irgendwo bei 8.000 landen. Ich denke, dass wir auch diesmal weniger Prozente machen. Deutlich weniger Prozente in Richtung Süden. Aber selbst wenn es nur 60% wären, dann haben wir immer noch Potenzial hier zu sinken auf 26.000, 27.000. Ich gehe eher davon aus, irgendwas zwischen 22.000 und 25.000. Das wären dann minus 65%. Das wäre immer noch viel, aber viel, viel weniger als das, was wir gefallen sind. Das heißt sowieso, dieses Asset ist weniger anfällig für Downside-Potenzial. Es wird nicht mehr so stark fallen, weil es so groß geworden ist. Es wird aber auch nicht mehr so schnell steigen, weil es ebenfalls so groß geworden ist. Das eine ist positiv. Das andere, naja, für alle, die die super krasse Rendite haben wollen, ist das natürlich eher nicht so positiv. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Der RSI auf Monatsbasis. Was ist denn jetzt schon wieder damit, Mario? Erzähl mir doch, schwätzt mir doch jetzt keinen. Ich komme doch sowieso schon nicht mehr mit. Nicht schlimm? Zeige ich euch. Der RSI auf Monatsbasis hat uns auch jedes Mal im Grunde genommen angezeigt, hey, wir waren hier in einem Top und niemand hat es gesehen. Oder niemand wollte es wahrhaben. Oder jeder hat gedacht, wir gehen noch auf 3 Milliarden. Denn das Top war in jedem Bullrun der RSI über 90. Stimmt das denn? Ja, können wir mal nachprüfen. Im ersten Bullrun, beim ersten Peak, war das Ganze auf 96. Und beim zweiten Peak auf 97. Top! Abgecrashed. Beim zweiten Mal, hier 2017, war das Ganze bei 94. Und der zweite Peak war bei 95. Beides Mal über 90. Abgecrashed. Und jetzt haben wir Folgendes. Wir haben eine ganz, ganz andere Situation gehabt, die auch eigentlich niemand auf dem Schirm gehabt haben. Und alle gedacht haben, ja, alles klar, wir überschießen das jetzt hier und gehen in 160.000. Und ich war auch auf der Nummer drauf. Das muss ich ja zugeben. Aber der erste Peak, der hatte ein RSI von 92. Über 90. Abgeschmiert. Einen zweiten Peak haben wir nicht bekommen. Das hier war höher. Der Peak war höher als der. Und im RSI waren wir deutlich niedriger. Das hätte jedem auffallen müssen, dass wir so eine hohe bärische Divergenz haben. Und dass wir hier eigentlich komplett abschmieren müssten. Dann sind wir danach auch getan. Aber hier oben hat uns niemand gesehen. Was ist danach passiert? Danach haben wir, und diese RSI ist ein super Indikator eigentlich für die Zukunft. Warum? Die Linien, die in diesem Chart drin sind, die haben auch sehr viel Value wert für die Zukunft. Wie meinst du das denn? Ganz einfach. Nicht diese RSI-Linie, die konnte ich einzeichnen hier im Februar 2017. Und diese RSI-Linie, die hätte uns das Bullenmarkt Top 2021 angesagt. Und die Linie, die ich euch gleich zeigen werde, die wird uns aller Voraussicht nach das Bullenmarkt Top 2025 anzeigen. Und das wird aller Voraussicht nach diese Linie hier sein. 2025, 2026, da seht ihr hier unten 2025, 2026, da landet dieser RSI in dieser Region ungefähr zwischen 90 und 95. Wir werden dort wieder hinkommen. Na, na, mit das Ganze hier irgendwo, dann werden wir hier wieder steil ansteigen und dann werden wir hier wieder austommen. Und da sollte jeder ein Augenmerk drauf haben und diese RSI-Linie ziehen. Es war auch jedes Mal so, dass wir, wenn wir diesen RSI gesehen haben, wir eine Art Krüppel Head & Shoulders gebildet haben. Was meinst du damit? Zeige ich dir. Das ist überhaupt gar kein Problem. Gucken wir gerne rein. Wir haben eine Schulter gebildet, einen massiven Kopf und die Schulter, die hat das Ganze dann von unten angenickt. Na, die hat das hier von unten geretestet. Eine Schulter gebildet, einen massiven Kopf, von unten angenickt. Oder hier, von unten angenickt. Hm, und danach, nachdem wir das angenickt haben, sind wir in den Bärenmarkt gefallen. Bärenmarkt, Bärenmarkt. Wir haben eine Schulter, einen Kopf. Hier gab es nochmal einen Bounce. Wir sind von drunter, nicken das von unten an und gehen in den Bärenmarkt. Es sieht alles super, super ähnlich aus. Das heißt, dass der Bärenmarkt uns hier, meiner Meinung nach, erst noch bevorsteht. Kommen wir zu Punkt Nummer 5 oder 4. Wir haben in allen Bärenmärkten, die wir gehabt haben, vorher Triangles gebildet. Und ein Triangle muss ich, glaube ich, nicht erklären. Das weiß jeder, was das ist. Das ist so etwas. Genau das haben wir gebildet in allen Bullenmärkten, beziehungsweise in allen Bärenmärkten, in die wir eingetreten sind. Das zeige ich euch jetzt auf Wochenbasis. Die Wochenbasis hier, das erste Halving ist dabei fast ein bisschen herauszunehmen, obwohl man wirklich sagen muss, hier ist das Ganze ebenfalls eingetreten. Und zwar haben wir den Bullenmarkt hier und dann diese Monatslinie, die ich euch gleich näher bringen will, die wir dann unterschritten haben, haben wir mit einem RSI. Nein, haben wir mit einem Triangle gebildet. Das seht ihr hier, das ist dieses Triangle, das ist hier eine Linie. Und dann haben wir sie unterschritten und dann gab es die Kapitulation. Wobei der Winkel dieser Linie 19% beträgt. In dem Bullenmarkt 2000 und, was haben wir? 2014. Ja, was haben wir denn da? Gucken wir mal rein. Richtig. Wir haben hier ein massives Triangle gebildet. Und dieses Triangle hat, ja, wie zu erwarten eigentlich, einen Winkel, einen Abwärtswinkel von hier diesen Prozenten. 18, 19%. Und wir sind auf einer Monatslinie aufgesetzt, haben dieses massive Triangle gebildet, sind dann durch die Linie gefallen. Der Bärenmarkt und dann dieser Boden. Das war 2014. 2017. Achtung, das gleiche haben wir hier wieder. Hier ist die blaue Linie, hier ist der Winkel. 18, 19%. Hier wieder ein massives Triangle gebildet auf einer Monatsbasis, auf einer Monatslinie. Bis wir hier nach unten durchgefallen sind. Kapitulation Bärenmarkt. Diese. Ah. Was ist denn da jetzt los? Äh. Leute. Diese ganzen Informationen, die ich zusammengetragen habe, das ist einfach, das war einfach zu viel. Ich werde das in zwei Teile daraus machen. Das war heute der erste Teil. Morgen kommt der zweite Teil davon. Irgendwann um die Mittagszeit. Ungefähr 12 Uhr. Schaltet wieder ein. Vielen, vielen Dank erstmal, dass ihr überhaupt so weit geguckt habt. Schau mal, morgen geht es damit weiter. Dann geht es um aufsteigende Winkel. Dann geht es um eine Kurve, die noch fehlt. Und um das Halving. Drei super wichtige Themen, die dann auch morgen noch behandelt werden. Die sparen wir uns dann auch. Und danke erstmal, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in diesen Freitag. Vielen, vielen Dank, dass ihr das Ganze bis hierhin geguckt habt, bis zum Ende geguckt habt. Vielen, vielen Dank für die ganzen lieben Kommentare, für die Likes, die ihr gebt für dieses Video. Das ist unfassbar wichtig, dass möglichst viele Leute dieses Video sehen und nicht gleich denken. Alles klar. Wir starten jetzt hier in Richtung 300k. Die Thumbnails haben wir auch schon. Habt alle einen wunderschönen Freitag. Und wir sehen uns heute Abend live. Und ansonsten morgen zu Teil 2.